Hi Altsam, willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Wir sind auf dem Open Beta Account, das heißt jeder kann hier drauf und diese Challenge probieren, denn wir haben heute eine Challenge und ihr könnt heute sogar was gewinnen, also bleibt gerne dran und let's go! Wir sind jetzt auf der neuesten Map The Other Set und wir probieren zwei Minuten, der Timer steht hier unten, zwei Minuten zu überleben, es geht los! Es ist crazy, diese Map macht mich kaputt, kaputt! So, okay, wir müssen hier, ey, diese roten Dinger hier, ne? Ich dreh durch von denen, die sind so schlimm! So, okay, ja, ja, ah nein, bitte! Lass mich wirklich! Wir sind zwei Minuten auf der Uhr, ob wir das schaffen! Ich kann das alles nicht mehr, bitte! Diese Map macht mich crazy, sprich! Bitte, bitte, tu mir das nicht an! So, lass uns alle ganz entspannt hier, so, let's go, let's go! Okay, das sieht schon mal gut aus, wir gucken immer, dass wir so ein bisschen dazwischen bleiben, ich glaube, das ist der Plan der Pläne der Pläne und man muss richtig krass vorausschauen, Plan! Wirklich, würdet ihr das auch schaffen, jetzt zwei Minuten, ist eigentlich ganz okay, ich glaube, das sollte man eigentlich hinkriegen, aber die Dinger werden ja auch immer schneller und schneller und deswegen weiß ich nicht, ob das wirklich so easy ist hier! Wie gesagt, der Timer läuft und läuft und läuft! Na, oh, komm schon, das ist doch nicht möglich hier! Bitte, tu mir das nicht an! So, hier nach rechts! Ja, okay, alles gut, alles gut, nur diese roten Dinger, ne? Okay, ganz, ganz schnell, 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 schnell! Rüberziehen, rüberziehen! Na, oh! Letztes Leben schon, das geht so schnell hier! Das geht so schnell! Okay, gut, jetzt müssen wir echt careful sein, wir können es echt schaffen, wir können es echt schaffen, wir rum! Ah, easy, easy, easy! Nein, 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 bewegt dich! Wir haben es nicht geschafft! Oh, egal, wir probieren es weiter, let's go auf die nächste Runde! So, Leute, es ist wirklich nicht so einfach, wie man denkt, eigentlich denke ich mir so zwei Minuten, easy peasy, sollten wir locker hinkriegen, aber das ist alles schwieriger hier, als man denkt! Aber ich muss sagen, die Map finde ich sehr, sehr cool, da hat sich Summelgeist echt was Nices ausgedacht, freue ich mich schon richtig mit euch zu zocken! Wenn ihr auch Bock habt, dass wir sagen, hey, lasst uns mal zusammen ein Video mit der Map machen, schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr auch dabei sein wollt, habe ich da schon ein paar Ideen, also ihr könnt hier auf jeden Fall auch mitmachen! Wir werden jetzt hier ganz entspannt, wir warten hier! Wir chillen! Wir chillen eine Runde, haben gar keinen Stress, man muss sich die Dinge, die das Leben einfach einfach machen, würde ich sagen! Einfach entspannt chillen, weil gar kein Bock auf Stress hier heute! Zwei Minuten könnte man natürlich schaffen, so, jetzt gehen wir hier rüber, ganz entspannt! Nein, 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 nein! Doch nicht so entspannt! Doch nicht so entspannt! Falls euch das Video gefällt, lasst gerne ein Abo und ein Like da, das natürlich nicht vergessen, damit ihr hier auch keine weiteren Videos verpasst, auch wo wir mit euch zusammen zocken, oder auch irgendwie zusammen mit euch Challenges machen! Wir müssen hier rüber! Lass mich, lass mich, lass mich! Ich dachte, wir kriegen es hin! Wichtig und richtig, Abo-Like da, das nicht vergessen! So, ansonsten, wie gesagt, Challenge könnten wir hier echt gut schaffen! Wir haben jetzt ungefähr... Minute auf der Uhr, ich dachte, ey, am Anfang ist es so gut gelaufen! Wir müssen wieder... Wir müssen den Rhythmus vom Anfang wieder kriegen! Wir müssen... Wie viele? Ich kann das alles nicht mehr... Ich kann das nicht! Schreibt mal bitte in die Kommentare, würdet ihr das auch schaffen? Nein! It's over! Ich kann das nicht! Wir machen das jetzt so lange, bis wir das hinkriegen! Ist mir scheißegal! Let's go! So, Leute, nächste Runde geht los! Es ist echt verhext hier! Was geht ab? Wir müssen, wie gesagt, den Rhythmus wirklich finden, auf ganz entspannter Basis hier! Wie gesagt, wenn ihr auch mal mitmachen wollt bei sowas, die Links sind in der Beschreibung drinnen! Meistens machen wir solche Sachen beim Discord! Es ist so schwierig! Das Video könnte echt ewig gehen! Oder wir sind nach der Runde fertig! Okay, warte mal, Leute! Da sind vier Stück, ne? Okay, easy! Wir sind an einer guten Stelle hier! Wir chillen hier unsere Runde, unsere Basis, bisschen entspannt! Oh! Let's go! Let's go, let's go, let's go! Wir können auch mal gucken, wie lange wir... Das machen wir, glaube ich, als nächstes auf dieser Map, wenn ihr da Bock drauf habt! Wie gesagt, schreibt es gerne mal in die Kommentare, auch ob ihr da mitmachen wollt! Als Community, so lange wie möglich auf der Map überleben! Das kann ich mir sehr cool vorstellen als Video! Also, wer da Bock drauf hat, gerne einmal in die Kommentare schreiben, auch um vielleicht mitzumachen! Einfach zusammenzocken, let's go, würde ich sagen! Ansonsten, wie gesagt, wir sind hier echt gut an der Zeit! Wir könnten das jetzt hier sch... Oh, Leute, ich kann das nicht zumbegeißen! Bitte! Du, du, du bist mit mir! Komm, 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 komm! Ich muss rüber! Ja, 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 sieht gut aus! Nein, nein, nein! Oh, mein Gott, zwei leben nur noch! Es ist not possible! Diese Map ist so schwierig für uns! OMG! Wenn euch dieses Video gefällt, teilt es auch gerne mit euren Freunden! Oh, mein Gott, lass ich runter! Oh, mein Gott, okay! Okay, jetzt ist alles easy peasy, guck mal! Oh, die, das bewegt sich einfach nicht! Er denkt auch, er kann durch die Wand glitschen oder was! So, Leute, wir sind wieder hier in the other side! Diese Map bringt mich zum Weißglut! Das gibt's doch nicht, dass wir das hier nicht schaffen! So, aber wir machen jetzt richtig auf safe, Leute! Wir haben jetzt geübt! Wir sind drinnen, wir kriegen das hin! Jetzt einfach auch mal entspannt machen, ne? Also, gar keinen Stress hier machen! Ein bisschen hier so zack, zack, dies, das! So, das sind schon mal, guck mal, die ersten Sekunden haben wir hier schon mal richtig locker, easy weg! Wie gesagt, diese großen Traktoren, diese Dinger, was da kommt, die sind mein Ernstfeind hier! Aber ich sag euch ehrlich, solange sich das hier nicht bewegt und so, wir müssen natürlich genau alles im Blick haben! Weil, wenn wir es nicht genug im Blick haben, ist es... Nein! Welcher Bot hat mich da reingeschubst? Ich kann das nicht mehr! Bitte! Oh mein Gott, ich kann das nicht! So, okay, 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 okay! Ganz entspannt, wir müssen jetzt hier auf jeden Fall rüber! Das ist sehr gut hier, wir gehen mal ein bisschen weiter hier! Alles gut! Wir kriegen das hin, macht euch gar keinen Stress! Ich mach mir der hier Stress! Okay, der wackelt mir zu sehr! Alles gut, alles gut, wir leben noch, alles gut, wir müssen hier jetzt wieder rüber! Wie gesagt, diese großen Dinger hier, die machen mir am meisten Angst, ne? Wirklich, die, die, da dreh ich am Rad hier! Ja, wie sollen wir denn jetzt hier... Okay, einfach so und dann wieder hier hin! Ah, easy, komm, wir müssen das machen... Oh, ich hab fast verpasst hier! Schauen wir das! Sehr gut, Dias! So, und nicht anders! Das könnte hier ein Win für uns werden! Schubst mich nicht! Schubst! Er schubst mich einfach gegen das Ding und ich bin raus! Ich bin raus, zwei Leben, aber wir können das nicht schaffen! Wir müssen jetzt wirklich einfach nur ruhig bleiben! Wir müssen jetzt hier einfach nur ruhig bleiben! Nein, 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 nein! Ey, es ist nur noch so wenig Zeit, aber wir müssen das schaffen! Wir müssen das schaffen! Haben wir es geschafft? Ich hab' vergessen! Aber ich glaube schon, wir kriegen das hin! Unmöglich! Unmöglich! Wir müssen gucken, haben wir es geschafft! Leute, ich habe die Aufnahme gerade überprüft! Ich glaube, wir haben es geschafft! In einer Millisekunde der Millisekunden! Ich glaube, wir haben es geschafft! Wenn nicht, schreibt gerne auch, ob ihr es schaffen würdet! Was ihr machen müsst, um die 1000 Jails zu gewinnen, ist einmal, ihr müsst ein Abo und ein Like da lassen! Und natürlich schreibt rein, wie ihr diese Map findet! Sagt ihr, hey, ihr habt Bock drauf? Nicht so cool! Ihr könnt alles reinschreiben, was ihr möchtet! Ich wünsche euch viel Spaß mit den weiteren Videos, die hier verlinkt sind! Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video morgen wieder! Kuss geht raus! Bis dann! Ciao!